so kinderbefreiung mal wieder mit evie und danach schauen wir mal ob wir auf jacob wechseln obwohl wir jetzt die letzte zeit ein bisschen mit jacob gespielt haben jetzt spielen wir mal ein bisschen wieder mit evie gerade stresst mit polizei na gut aber das spielt mir eigentlich nur in die karten aber angehen tut es mich eigentlich nix hola hui Huuuuii! Das stimmt fast nicht! Arbeitet schneller! Da kriegt der Sicker ein paar Eben! Huuuuh! 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 Ich werde es nicht mehr so machen, aber ich werde es nicht mehr so machen. Hier trieb ich jetzt runter. Mann. Scht! Die Klappe, Mann. Die Klappe, Mann. Oh. Ruhig jetzt. Ruhig jetzt. Ruhig jetzt. Ruhig. Oh. Hä? Wo ist denn die Kist? Äh. Kiste? Ah. Da drüben. Drüben, ne? Drüben. Wir hatten ja nichts, ne? Drüben. Drüben hatten wir ja nichts. Oh. Da gibt es noch eine Alarmglocke. Toll. Mit der Einstellung bei dir ist wieder noch eine Nacht in der Kurve. Oh. Kiste. Tschin. Mäh. Ja. Oh. Fack. Mäh. Oh. 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 No. Oh. Wow. Tja, erstmal plündern. Easy Snagorino. Großer Bolzenbeutel. Mhm. Befreit. So, City of London ist komplett befreit. Sehr geil. Ja komm, da ist noch so ne Kis. Ach komm, wir machen mal die Fracht. Komm. Zolls, machen wir mal die Fracht. Hier gibt's irgendwo noch ne Kiste. Hier. Bäm. Nein, da wollte ich eigentlich gar nicht. Nein, da wollte ich eigentlich. Ich wollte da gar nicht. Ich wollte doch. Mann, ey. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich da runter. Aber geil sah es trotzdem aus. Alter, was ist das denn jetzt am Leggen hier? Hui. Die machen hier. Ja Puis befreit. Wuh. Ja. 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 Ja, jetzt geht's. Wuh. Ja. Ja! Bewegung! Hallo! Schneller! Komm schon! Langsam. Zu den Seiten! Ja! Ja! Hallo! Ja! Wo ist? Wo ist? Ha! Komm schon! Gut so. Gut so. Ganz genau. Gut so. Gut so. Hm. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ähm. Ja, gut. Ich bin unter der Map gebackt. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Hm. Das hatte ich jetzt wirklich auch noch nicht. Nee. Ach doch, ich hab's gemacht. Ich wollte gerade sagen, Alter. Boah, 2200. Das ist, äh, sehr verlockend. Weiter, meine Kleine. Pssst. Hm. Hm. War wohl zu spät. Na, hoch mit dir jetzt. Piu. 2200 ist halt... Uff. Kann man mal machen. Komm. Was soll's. Kas. Ja. Ah. Bis zum nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ach, ich will den dann auch von da machen, wenn ich den Lund. Nein. Trick 17. Es funktioniert irgendwie immer wieder. So, Tach, rein da. Tch. 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 Biss... was? Bissus? Keine Ahnung was das ist, aber okay. Die Fähigkeiten haben wir eigentlich wieder... Wir haben 6 Punkte! Warum sagt mir das niemand? Ja, easy snack. Was denn los? So, dann wechseln wir gerade mit zu Jacob. Denen machen wir jetzt auch erstmal die Fähigkeiten. Äh, hier. Dann wird der auch Level 6 wird, damit wir dann eine neue Waffe besorgen können. Jupp. Passt. So, dann hol ich noch 4 Fähigkeiten. Hm. Hm. Oh, das ist halt auch geil, ne? Wie viele Punkte habe ich noch? 4. Ich könnte mir beides holen. Ja, easy snack! Was kostet das eigentlich? Garantionsherde und das ist... Boah! Boah! Das ist halt nice! Scheiße! Na komm! Dann sparen wir auf das andere. Alter! So Multikills mäßig ist halt schon... Das ist halt schon nice, ne? Alter, wir haben 17.000. Also wir haben 17.000! Wuhu! 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 Inventar! Waffen! So... Waffentechnisch, was haben wir denn da? Uh! 2, 2, 2... 2, 2, 2... Das ist Level 7 dann. Ja, aber bei ihm Stockdolch, das passt irgendwie nicht. Oh, das sieht geil aus. Das ist 2, 2, 2. Das ist nur 1, 1. Okay. Den da kommen sie an in der Hauptgeschichte. Ja, ne, dann machen wir den hier. Ausrüsten. Ein Upgrade können wir eigentlich auch mal machen. Noch eins. Können wir uns leisten, das passt schon. Ja, da ist sowieso nichts anderes. Schusswaffen. Ja, ne, da haben wir eigentlich schon eine fast beste. Die können wir noch nicht benutzen. Das ist das Level 7. Scheiße. Ach, die würde halt zum Augsfield passen, ne? Gürtel. Oder plus 2. Ja, dann hier. Easy. Herstellen. Ja. Warten los. Monturen. Ah, lol. Jetzt andere Monturen. Krass. Okay, wir haben die Piraten-Montur. Oh, wir haben die Steampunk-Montur. Die, die haben wir ja gerade. Die weiß ich nicht. Finde ich irgendwie hässlich. Boah, die ist halt uff. Das ist, äh, typisch Assassin's Creed. Äh, 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 äh. Das ist so die Assassin's Creed 1, 2 mit, äh, Montur. Die ist halt auch cool. Die ist halt nice. Meister-Assassine. Die ist halt geil. Aber die finde ich ja eigentlich gerade auch ganz geil. Welche haben wir die hier haben wir gerade? Ah, nee. Save die hier, Alter. Herstellen. Ach, die können wir nicht herstellen. Warum nicht? Lol. Ich hab sogar so Helix-Dinger. Keine Ahnung von was. Ah, ich brauch. Hä? Was fehlt mir denn? Bezos. Was ist das? Mann. Keine Ahnung, was das ist. Bezos. Ach, guck mal. Hier ist direkt ne Frachtgewege da ums Eck. Ja, dann. Ich mein, hey, was holt's? So, rutsch. Gut so, Mädchen. Ich bin ich. nein steigt doch auf stimmte mit dem kann nicht aufsteigen ich kann halt einfach nicht aufsteigen jetzt das mädchen weiter mädchen alter ist es am bucheln bei der aufnahme sollte aber eigentlich nicht sein ich muss gleich mal ob es einmal neu starten auch stimmt irgendwas nicht ich glaube das ist der regen das ist ein bisschen nein falle ich gleich wieder in den boden hoffentlich nicht ich habe alles ja 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 ich glaube du hast bla 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 ah zieh mal einer an warte mal was was war das gerade hier irgendwo hinter mir ist auch noch irgendwas am wasser was man machen kann das ist auch wieder fracht ne man geht doch hier runter alter wo ist diese steuerung ja da ich bin ohne ja ja Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung, was das bringt, aber gut. Ich, äh, ich, äh. Schon wieder Fracht. Nee, 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 Freunde. Jetzt, äh, nein. Also, nein. Was soll's? Nein. Boah. 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 Geht mich doch verarschen. Geht mich doch nicht. Geht mich doch nicht. Geht mich doch nicht. Der wusste, ich hätte die Fracht einfach jetzt einfach lassen sollen. Das sind solche Moch-Huren-Missionen, ey. Kein Mensch braucht. Ach da. Ah, weg mir dir, Wichser. Ja. Danke für den Umsatz. Wo ist das? Da drüben. Na dann, let's go. Danke. Danke. Danke.